Doni geht an meinem Bein vorbei und damit er mich nicht festhalten kann, ziehe ich mich zusammen wie ein Käfer. Mit den Knien ganz eng an die Brust und die Arme ganz eng. Dadurch kann er mich nicht festhalten. Mit den Knien ganz eng an die Brust. Dann soll ich mich an der Brust und die Brust. Vielen Dank.